Herzlich Willkommen! Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt, Venedigs, die Metropole der Liebe. Drei Fragezeichen-Orakel am 24. April 2019 Erste Frage ist, was denkt er? Zweite Frage ist, wie fühlt er sie sich? Dritte Frage ist, was vermittelt er? Die erste Frage war, was denkt er? Und dieses Geheimnis ist hier verborgen und das schauen wir auch an. Er hat die Schlüssel in Hand. Was macht er damit? Mit diesem Schlüssel kann man eine Tür schließen. Aber auch öffnen. Er wird was abschließen und zeigt, es gibt auch neue Möglichkeiten, neue Chancen. Zweite Frage war, wie fühlt er sie sich? Und dieses Geheimnis ist hier verborgen. Er spürt die Herzenswärme. Er möchte auch, die Wahrheit ist, in Licht zu bringen. Außerdem, die Kinder symbolisieren Neuigkeiten. Und das setzt er auch in Bewegung. Was vermittelt er? Er vermittelt, dass er steht in sein Leben oder ihr beide vor einer Kreuzung. Und hier muss wichtige Entscheidungen treffen. Und man stellt die Frage, und jetzt, wie geht es weiter? Bedeutet aber auch Kreuz, diese Kreuzung, Schicksals wegen kreuzen sie sich. Eine Begegnung. Vielleicht tut er es so, wenn das ein Zufall wäre. Das ist natürlich möglich. Aber es kommt zum einen Begegnung und wird wichtigen Entscheidungen getroffen. Die vierte Karte ist eine zusätzliche Botschaft und zeigt einen Traum. Das kann bedeuten, er braucht eine Vision, eine Vorstellung von idealem Zustand. Oder, dass er träumt etwas und dieser Traum erzählt etwas, weil die Träume sind die Botschaft unserer Seele. Nicht jeder einzelne Traum, weil im Tiefschlaf verarbeitet unser Gehirn die täglichen Einflüsse. Diese Träume vergessen wir auch, hat doch keine Bedeutung. Aber wenn wir eine ganze Geschichte träumen, und das ist lebendig und bleibt in Erinnerung, das ist eine Botschaft von unserer Seele. Natürlich ist das eine Bildersprache. Ich kann sehr gut Träume deuten. Diesbezüglich kann ich euch weiterhelfen. Also das kann auch eine Traumbotschaft sein. Oder, dass er über euch träumt. Und jetzt klären wir die Gefühle mit dieser Gefühlsklärungskarte. Das sind eigentlich für Kinder gedacht. Aber ich finde, das ist so lieb gemacht. Und wir Erwachsenen haben auch Gefühle. Und das sollen wir auch klären. Welchen Gefühl sollen wir heute klären? Ich bin der starke Stier. Ich bin selbstbewusst. Und kann alles schaffen, wenn ich an mich selbst glaube. Das ist auch eine wichtige Botschaft. Und das war mein Drei-Frage-Zeichen-Orakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Mirici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.